So, dann schauen wir doch mal. Take your time. She freaked out. I... I... It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so... So I stabbed her. I killed my mother. I killed her. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, wir können ein Roto mitnehmen Okay, sie hat halt so einen Freund und den gibt's nicht mehr, okay Gut Hallo Kometa Bruton, guten Morgen Kann ich hier auch wieder raus? Ja, okay Okay Man kann es übrigens leider nicht auf Deutsch umstellen Hi Mike Morrison, hi Okay, es ist einfach nur eine Zeitung Michael und Tyler Are so gonna hit it off Hm, da bin ich ja mal gespannt Drück Aha Okay, wir haben's gefunden Oh Okay Okay Also, weil wir jetzt den Schluss haben, können wir jetzt bestimmt auch aus der Tür rausgehen Jawohl Kann man es lesen? Das ist nicht schwer Okay Okay, also bei dem müssen wir eine Koboldfigur finden offensichtlich Also, man kann beide Charaktere spielen, wie es aussieht Also, man kann beide Charaktere spielen, wie es aussieht Ah, da ist er doch Hi Kim und Moin Junge Ich hole H spoke Hble 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 Ich hole Hble 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Katze, ja! Wie ein bisschen Liebe! Wie ein bisschen... Ich bin 100% nicht kreativ genug zu machen, um das Ganze zu machen. Oh, und vorhin die Woche, sie mussten die Ferry aufbauen, weil ein Bär war auf dem Bär auf dem Bär. Nein, wieso? Hm. Hm. You know what they say, safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. A bear is fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps. Even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet. But at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number? You'll figure out what you want. You have time. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. Hm. Grafik ist schon hammer, ne? Ist mal im Ernst. What about you? She got to show her cool stuff. Allison? Well. Zoned out there for a second. Sorry. What's that? I'm sorry. I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here. Standing beside me. On our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Why did we take the ferry instead of the coast road? Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra two hours. Aw. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken two more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving while we dock? No. You're going to have to get back behind that wheel at some point, you know. Look. I put a fireweed van nose first in a ditch. Hey. At least you missed the porcupine. I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus nowhere. Can't wait to get out of here. Ich kann nicht antworten. Ach doch. Was it really that bad? Pretty much. But it could definitely have been worse. Like if you'd been tucked away in a center for troubled youth? Right. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're going to miss him when you moved to Juno. How's he doing? Good. Good, good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? Hey, Burning Souls. Oh, wir müssen irgendwas machen. Das ging nicht. You remember all the urban legends about it? Mmh. Ish. Könnt ihr die Katze sehen? Megazus. So, we're really going back there, huh? Just Stonehouse? I mean, we're going home. Yeah. Yeah, we are. Think the house will sell? No interested buyers yet. Turns out, people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view. Unlike Juno. Hey, Juno has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my roomie? Thinking about it. Hey, can I ask you a question? Shoot. I was told, um, I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor three years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno, but something always came up. I probably should have put myself out there more. But it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious, how you spent your time. Krass, wie schön das aussieht mit den Bergen. Was sind wir denn? Ne, wegen dem Dünner nicht, Burning Souls. Ich hab zwei Kunden da mal abgesagt und da hab ich gedacht, da können wir auch ein bisschen streamen, bevor ich hier nur doof rumsitze. Bis erst um halb zwei wieder arbeiten. Yeah? Spit it out. Okay, you need a promise not to freak out. What is it? Was ist das? Was ist wie ein Zahnrad? Ein Ring. Von Eddie. Ich weiß, er ist nicht deine Lieblingsperson, aber... Ich bin sorry, wenn du gesagt hast, ich dachte, du meinst Chief Brown, als in der Polizistische, der mich verabschiedet hat. Komm, Ty, nicht... Und dein adoptive Vater, der Mann, der dich nicht verabschiedet hat, für sieben Tage. Die Fierweed-Administration hat ihn geholfen, Tyler. Ich dachte, es wäre besser, für uns beide. Ja, aber es war nicht. Es ist eine Beobachtung. Und du bist die zwei wichtigsten Leute in meinem Leben. Bitte? Für mich? Er kann nicht meine Verabschiedung mit einem trinket cheapen. Was machen wir? Nehmen wir das an? Komm, wir nehmen es an. Eeeh. Eeeh. Just so we're clear, this was for you, not Chief Brown. You know, you could call him Eddie. Or even... Uncle? Es ist so ein bisschen wie ein interaktiver Film. Das ist schön. Das ist chillig. Gefällt mir gut. Oh, bestimmt ein Wal oder so. Voll geil. Delfin? Wal? So kalt für Delfine. Woa. Ja. Nice. No place like home. Yeah. Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Ah, yes. Completely. Sorry. Go ahead. And stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Okay, wir können wieder laufen. Ich hab hier Katzen, äh, Katzendinges, Bummenskirchen. Hallo Stefan. Tolle Grafik. Ja, das ist richtig gut. Also es gefällt mir auch. Um was geht's denn so grob? Ähm. Also einer von den beiden Geschwistern, aber ich weiß nicht welcher von beiden, hat die Mutter getötet als Kind, weil die Mutter die angegriffen hat. Also das war Notwehr. Und dann sind diese beiden Geschwister hier getrennt worden. Und die sehen sich jetzt wieder das erste Mal nach zehn Jahren. Ja. 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 Ich bin driving in this stuff for five years, I'll be fine. That's not going to happen. Okay, see you soon. Hey again. Fancy meeting you here. There's nothing. Hey. Didn't we used to swim off that dock? Wait, no. That was on the lake. Oh, uh. They pulled that one out. What? No. Oh, man. So many good memories. Of pushing me into the lake? Damn. I watched the cell footage you sent me, but seeing it for real is wild. Yeah. It was terrible. You could smell the smoke all the way over in Delos crossing. Two years later and they haven't cleaned up in the hall. Krass mit der Grafik, wirklich. Die Haare und so, die Augen. We should totally make a campfire. Oh, yes. I can already smell the gooey marshmallows and warm chocolate. Clear sky full of stars overhead. The whale of a loon resonating on the empty lake. All right, Wordsworth. Hey, that's a compliment. Kann man hier auch wieder raus? Okay. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwas machen können auf dem Schiff. Vielleicht können wir hier irgendwas einsammeln, was wir dann noch brauchen oder so. Ich glaube es zwar eher nicht, aber wir gehen mal schauen. Also wir fahren offensichtlich entweder zu einem Ferienhaus oder sowas. Oder irgendwie in das alte Haus, wo die früher gewohnt haben. Da bin ich mir nicht sicher. Ja. Wo die Good eye. Wanna draw on a Bulltag up this way. You got your license and tag on you? Why, yes, officer. Everything's in order. You hunt? I fish, mostly. No shame in that. Anyway, you'll find there's lots of good fishing spots right here. Wenn Sie wissen, was Sie suchen. Wo sind Sie? Uh, Delos-Crossing. Same hier. Du bist von hierher? Bist und Brede. Ah, Sie sagen nicht. Ich bin in Ankerage nach deinem Alter. Delos war meistens Alaskan-Native. Als Kind hatte ich, habe ich nicht nach Hause in fünf Jahren. Was? Ich habe nicht. Ich bin Tyler. Tyler Ronin. Ich, äh... Ronin? Ronin, wie in... Ronin? Also, äh... Ich wusste nie, dass die Mädchen hatten. Wir haben nicht. Ah. Ich... äh... War für den jetzt ein bisschen unverständlich anscheinend. Ist die denn überhaupt, steht jemand noch da rum? Hm. Kann ich mit ihr reden? Ne. Sie steht nur rum. Sie steht nur rum. Fraglich, was wir hier tun müssen, damit die Reise aufhört, ne? Oder wir werden ja jetzt hier nicht die ganze Zeit rumfahren und dann irgendwann ankommen. Wir müssen ja bestimmt ja irgendwas machen, damit wir weiterkommen, meine ich jetzt. 1950. Wir müssen ja. Lies gerade den Twitch Chat. Genau, Query. Das kann sein. Ich bitte, wie in der Stadt... Ich sehe dich auch in der Stadt. Okay, mit dem können wir auch nichts mehr machen. einfach ins auto setzen das wäre ja zu einfach gewesen das wäre ja zu einfach gewesen alle biegs morgen sind vielleicht ist das doch das alte haus die damals gelebt haben es ist eigentlich genau wie ich erinnere Untertitelung des ZDF, 2020